Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven ist das Nationale Schifffahrtsmuseum in Deutschland. Das Museum gehört als Leibniz-Institut für deutsche Schifffahrtsgeschichte zur Leibniz-Gemeinschaft. Als eines von acht Forschungsmuseen der Gemeinschaft vereinigt es Ausstellungs- und Forschungstätigkeiten. Die Gesamtanlage mit Gebäuden und Museumsflotte steht seit 2005 unter Denkmalschutz. Geschichte Bereits 1935 gab es die Anregung des Schifffahrtshistorikers Otto Höver, der seit 1932 Leiter der Stadtbibliothek war, ein Schifffahrtsmuseum einzurichten. Fritz Lücke, der Leiter des Instituts für Seefischerei, hielt den Gedanken für gut und durchführbar und glaubt, dass der sich an das Fischereihafenmuseum anschließende große Raum zur Unterbringung eines Schifffahrtsmuseums geeignet ist. Zur Feier des 50-jährigen Bestehens der deutschen Hochseefischerei solle es 1936 eine besondere Ausstellung von Fischdampfermodellen, die als Grundlage für ein Schifffahrtsmuseum dienen könnten, geben. Bürgermeister Wilhelm Richter antwortete auf die Anregung, dass er die Abgelegenheit während des Krieges nicht aufgreifen könne, jedoch hoffe, später an die Verwirklichung des Planes gehen zu können. Von November 1969 bis 1972-75 wurde der Museumsbau nach Entwürfen des Architekten Hans Scharun in Arbeitsgemeinschaft mit den Bremer Havener Architekten Helmut Bohnsack und Peter Fromlowitz geplant und errichtet. Scharun ist mit Bauten wie diesem Museum oder der Berliner Philharmonie einer der bedeutendsten Vertreter der organischen Architektur. Die Gesamtkosten betrugen bis zur Eröffnung 23 Millionen DM. 1971 begann die wissenschaftliche Forschungsarbeit am DSM. 1972 wurde in der inzwischen fertiggestellten Koggenhalle mit der Wiederherstellung und anschließenden Konservierung der Bremer Kogge begonnen. Am 5. September 1975 nach der Ausstellungsgestaltung wurde das DSM der Öffentlichkeit durch den damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel durch Leuten einer Schiffsglocke übergeben. Die drei Gründungsdirektoren des Museums waren Detlef, Elmers, Gerd Schlecht, Riem und Wolf, Dieter Hoheisel. Von 2004 bis 2012 wurde das DSM von dem Schifffahrtshistoriker Lars U. Scholl als geschäftsführender Direktor geleitet. Die wissenschaftliche Bibliothek des DSM leitete und konzipierte ab 1976 Arnold Clou das. Nach der Gründung des Museums wurde das Deutsche Schifffahrtsmuseum ständig um weitere Ausstellungsstücke und Anbauten erweitert, so dass es umfangreich über die Seeschifffahrtsgeschichte der neueren und älteren Zeit berichten kann. Ende 2014 bestätigte die Leibniz-Gemeinschaft dem Museum auf weitere vier Jahre den Status eines Nationalen Forschungsmuseums, mit dem der Bezug hoher öffentlicher Fördergelder verbunden ist. Anstatt der regulären Bewilligung eines siebenjährigen Förderzeitraumes wurde aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung nur ein verkürzter Förderzeitraum bis zur nächsten Evaluierung bewilligt. Denkmalschutz 2005 wurde das Deutsche Schifffahrtsmuseum unter Denkmalschutz gestellt. Zum 40. Geburtstag 2015 feierte das DSM mit einer Jubiläumsausstellung 1975 2015 Tilschiffe erzählen Museumsgeschichte Über zwölf Stationen verteilt, neun im Scharunbau und drei Stationen außerhalb der Gebäude, konnte das Museum zum 40. Geburtstag erlebt werden. Die Jubiläumsausstellung war gleichzeitig als Ankündigung zu verstehen. Da in den kommenden Jahren alle Ausstellungsbereiche schrittweise erneuert werden und auch das Gebäude von Grund auf saniert wird. Besonders für den zukünftigen Forschungsansatz des Museums unter dem Motto Mensch und mehr wird seit Anfang 2014 ein neues Ausstellungskonzept für das gesamte Museum und den Museumshafen entwickelt, mit dem Forschen als Prozess sichtbar werden soll. Themen und Zusammenhänge werden nach den jeweils aktuellen Forschungsschwerpunkten neu formuliert und die Objekte mit den entsprechenden Hintergrundinformationen, Geschichten und Erzählungen neu angeordnet, Exponate Als Hauptattraktion des Museums gilt die seit 2000 fertig restaurierte in Bremen gefundene Hansekorge aus dem Jahr 1380. In den Ausstellungsräumen befinden sich Schaustücke zu verschiedenen Schifffahrts-Epochen und zu den Themen Handelsschifffahrt, Fischerei und Wallfang, Polarforschung, Militär und mehr. Ausgestellt sind unter anderem Modelle von Segelschiffen, Containerschiffen, Passagierschiffen und Öltankern sowie technische Bedienelemente und Ausrüstungsgegenstände. Eines der Prunkstücke ist ein von 1919 bis 1935 genutzter mechanischer Gezeitenrechner der Deutschen Seewarte in Hamburg, der als früher Computer eingestuft wird. Bilder von Exponaten Punkt, 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 Wasserfahrzeuge Im Museumshafen können die folgenden Wasserfahrzeuge besichtigt werden, Backseute Dern, Hochseeschlepper Seefalke, Wallfangdampfer Rau X der Walterau Wallfangflotte, Hafkan Emma, Binnenschlepper Helmut, Feuerschiff Elbe 3. Auf dem Außengelände können vier Schiffe besichtigt werden, Betonschiff Paul Kossel, Hafenschlepper Stier mit Feutschneider Antrieb, Segeljagd Diva, Tragflügelboot WSS 10. Das Schiff der ersten deutschen Nordpolare Expedition. Die 1867 von Tollev Tollevsen in Skanevik in Norwegen gebaute nordische Jagd Grönland gehört ebenfalls zur Flotte des Museums. Ist jedoch als aktives Traditionsschiff im Einsatz und demzufolge gerade in den Sommermonaten nur selten im Museumshafen. Im Hafenbecken des Museums liegt außerdem das begehbare U-Boot Wilhelm Bauer, das von einem eigenständigen Trägerverein betreut wird. Das Jaguar-Klasse Schnellboot Kranich lag bis 2006 im Museumshafen. Es wurde wegen starken Verfalls des Holzrumpfes von der VEBEG zum Abwracken verkauft. Vor dem Museum befindet sich eine Skulptur des Bildhauers Stefan Balkenhol. Bilder von Außenexponaten Punkt Publikationen Jährlich erscheint seit 1975 Dekasekunden Deutsche Schifffahrtsarchiv das aktuelle wissenschaftliche Jahrbuch des Museums. Die Themenbereiche umfassen so vielfältige Aspekte wie Schiffsarchäologie, See- und Binnenschifffahrt, Schiffbau, Marine, Fischerei, Navigation, Polar- und Meeresforschung, Sozialgeschichte der Seefahrt, Maritime Volkskunde U, V, R, M. Im Mittelpunkt steht zwar die Schifffahrtsgeschichte. Doch zeigen auch immer wieder Beiträge ausländischer Autoren den internationalen Forschungsstand. Alle Beiträge werden mit englischen und französischen Zusammenfassungen ergänzt. Es erscheint im Ocean Amp Verlag wievielstede ISSN 0343-3668. Internetprojekte Die deutsche Schifffahrt in den 1920er und 1930er Jahren im Spannungsfeld von Kontinuitäten, Krisen und Innovation, Visualisierung historischer Prozesse, Schiffsliste, eine Internetdatenbank zum schnellen Finden von historischen Schiffen, Buten und anderen Wasserfahrzeugen, die teilweise mit ausführlichen technischen Merkmalen und Daten zum Lebenslauf beschrieben sind, Digitalisierung von Schiffsplänen, Forschungsauftrag, Im August 2011 erteilte die deutsche Bundesregierung dem Museum einen Forschungsauftrag zur systematischen archäologischen Prospektion der Nordsee. Auch außerhalb der 12-Seemeilen-Zone, da zahlreiche archäologische Fundplätze durch geplante Bauvorhaben wie Offshore-Windparks, Pipelines und Stromleitungsstraßen bedroht sind.